Hallo Leute, wir kommen direkt zu dem Let's Play Zero-Strein! Wir machen jetzt weiter mit der Story-Quest! Die Geschichte der Zeit hatten wir eine wichtige Ankündigung zu machen, und uns daher angeboten, alle uns alle zu versammeln. Machen wir worum es mir geht, vielleicht gab es wieder eine große Veränderung in der Geschichte. So. Okay, dann gehen wir mal rüber zur Zeit-Kammer. Das ist großartig! Das ist wirklich, wirklich großartig! Supreme Kai der Zeit, was passiert? Lass uns vorsichtig. Toki-Toki hat die Ecke, die wir warten haben! Oh Gott. Warte, warte. Eine Ecke? Ja, eine Ecke von Toki-Toki! Toa! Toa! Haha, das ist eine Chance für die Feier! Um, Supreme Kai der Zeit, ist das die Erdbeerenung, was du sprachst? Ja, wir müssen eine große Party machen! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich denke, dass es ein großer Veränderung in der Geschichte war. Du einfach nicht verstehst! Du hast überhaupt nicht verstehst! Du verstehst du, was das bedeutet? Das ist unglaublich froh, für unsere Welt! Für jeden Welt, derzeit! Uh, ist das so? Oh! Oh! Ich denke, dass ich sie nicht vergessen habe, zu erzählen. Toki-Toki hat die Macht über Zeit, nicht wahr? Die Ecke, die Erdbeeren, hat die ganze Zeit für ein Universum. Wenn eine dieser großartigen Ecke eröffnet, dann merkt es die Zeit für eine ganze neue Zeit. Wow! Das ist ein Schicksal, nicht wahr? Sie sollten doch nicht die Blödsinn in die Finger kriegen. Also, wir haben eine Party zu vorbereiten. Ich werde etwas wunderschön machen. AmArtistin ist ein Schicksal zum Schiff! Ich habe eine neue Unterricht und alles. Und ich bin sicher, dass es bei uns aussieht, aber ich bin nicht so pflusend, und ... Ah, das ist ja gar nicht so gut. Oh, well in that case. Okay, I guess we'll wait until we can get everyone together. After all, that partner of yours isn't back yet anyway. Yeah, I hope everything's okay. Hmph, you can always make a phone call every once in a while. Yeah? Right. Look, another change in history! Ah, that looks crazy. Excellent work. Oh boy. Then there's Broly and... The film I even know. There's also a film, a typical film. We've gathered quite a lot of energy. Turles, Slug, and Cooler. They're all doing their parts. They brought back a great deal of damage energy. Much more than I expected. Yes, thanks to it I feel far stronger. So why is it that I suddenly feel anxious? What is that strange, immeasurable power? Why do they possess it, but I do not? This one is the same. Incredible. He's far stronger than when we first captured him. And is he even stronger than when Toa augmented his power? Yes, indeed he is. But... This one doesn't frighten me. Not like the other ones. What is that power? Mira. The time has come. We will put the plan into action. You must be growing restless, right? I can talk. actor? I put in action. Go send papa's dead. What will you hear? The product is done. The guned and done. The plot is killed. I wish we could do this. Yeah, please. Das ist immer doch Wusager Oh mein Gott, die dürfen nicht in Brody gehen Ich wollte gerade noch sagen, ich habe aber irgendwie Angst vor Brody Ich kann ja die großen Fetter-Fibles Aber er frisst über Zaden Mann, Pizar? Ah, ich sehe so Das ist immer du, wenn du nicht vorsichtig bist Ich bin nicht Entschuldigung Nachdem bin ich in Bezug auf Ich werde von Brody abhauen Ich kann gerade keinen Schaden machen Ah, da ist er so cool Ah, da ist er so cool Ha ha! Ich verspreide, EVERYBODE! Ist das Klumpsen-Lukin-Hidiot-Mocken-Boo? Ja, ich bin der Helmholt Ja, ich bin der Helmholt Ich bin der Helmholt T um und Ah! Ach, wie konnte ich in der Breivarao mit der Beinung überwiesen. Mein Gott, das ist Bonk, so weit nicht. Oh die leine! Oh die leine! Let's go! Get out of here as fast as you can! Move! Oh die leine! Ich habe dich noch nicht einmal gefeuert, seitdem du ein Baby warst. Wir lesen. Komm schon, Vater. Du... Du schützt mich. Geh dir, mein Kind. Geh dir das zwei so weit weg wie du kannst. Hurry, ich bin auf dich, Piccolo. Ich weiß, wie du dich jetzt bist. Oder gut. Es ist der erste Zeit, dass ich 40% habe, in der Sonne und Heilige Geist bin. Ich werde dich behalten. Ich werde dich zurück. Ich werde dich zu schmerzen. Verwalt. Für mich trotz. Even du, Cap'n. Wie geht der Taliban? Wenn Sie einfach mal sehen wollen, die Luft. Hey! W-what do you want? Come on, grow a heart already! You need to take it easy on... No. I'm fine, really. Thank you, though. I'm proud to be my father's son. Seeing that, won't get me down. Anyway, thank you for your hard work. Go get some rest, then talk to me when you're ready. Ich hab mal jetzt noch einen kurzen Kampf, oder? Lass es sein. Komm mal nochmal rein. Irgendwann wurde ein Widerstand mit Ränderung. Guck mal, was wir jetzt kriegen. Bestimmt den großen Buu. Oder den kleinen, ich weiß es nicht. Die Magen-Historie ist viel schlimmer, als was wir... Majin Buu war so gefährlich genug, als er vorhin war. Plus, du musst auf Mira warten. Ich werde mir aus einem anderen Angeln trinken. Du fokussierst auf Majin... Jetzt darfst du dich auf die Fusionsdebauf. Er tut uns einleuchtend. Wo ist Snack? Super Buu-kräfte in die erste große Buu. Oh, ich brauche ihn nicht mal zu... Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit lang zu kämpfen. Okay. Oh, wir sind doch Super-Code-Tanks. Wir sind hier zu sein, mein Snack. Es gibt etwas über deine Fähigkeiten, die ich nicht lieb. Miles hörte, dass du dich auf Nubi wirst. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich kann es nicht gewinnen. Ich kann es nicht gewinnen. Drin, listen up. Er hat ein bisschen auf den Job. Er ist gar nicht so gut für ihn. Es ist gar nicht so gut für ihn. Oh, nein. Oh nein, meine Fusionsdebauf. Was soll ich tun, Jock? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir den Schwierigkeiten brauchen, uns zu ververteilen. Der hat sich die Fähigkeiten gemacht. Er ist einfach hier. Der hat ihn kommt. Der hat ihn in seinen Gehen. Er ist gar nicht so gut für ihn. Ihr könnt ihr das. Du bist ja jetzt. Du bist ja jetzt. Du bist ja jetzt. Du bist ja jetzt. All right. Lecks, er ist ein Lecks. Wunderbar. Halt! Ich wollte noch ein paar beenden. Letzter. Und Gohans ist wieder Warnet-Kraft. Ja, ich habe es noch. Das war auch nicht der Original. Eigentlich müsste er jetzt schon mit Gudang Verschmolk zu sein. Okay, ich habe die Vorles. Nein, ich habe Wolie. Ich habe Wolie. Ja, ich habe Wolie. Ja, ich habe Wolie. Ich schaffe ihn mit Whisik. Es ist so harte! Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit! Ich bin der Zeit, Leute! Er ist wirklich stark! Du musst dich уст auf!" Ich bin der Zeit, der Mond nicht aufhalten going ist! Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich den Schaden habe. So, wo die Aläne ist? So, wo die Aläne ist? Wunderbar, wer ist das? Wer schafft? Wir haben nur 4 Punkte. Ok, ich bin erst bei der Fahrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.